Bewässerung spielt bei der Pflanzenpflege eine grundlegende Rolle. Deshalb sollte in jedem Teil unseres Gartens für sie Vorsorge getroffen werden. Es ist oft notwendig, Schläuche miteinander zu verbinden, um alle Stellen unseres Grundstücks zu erreichen. Wir müssen uns dann Schnellverbindungsstücke, Verbinder und Reparaturstücke besorgen, die es ermöglichen, alle unsere Pflanzen mit Wasser zu versorgen. Ein Schnellverbindungsstück dient zum schnellen und bequemen Anschließen des Schlauchs an die Wasserentnahmestelle und die Spritze oder Brause. Wir können zwischen zwei Arten von Schnellverbindungsstücken unterscheiden. Durchlaufverbindungsstücke und solche mit der Funktion Stopp. Das Durchlaufverbindungsstück ist in der Regel ein Steckverbinder zwischen Wasserhahn und Schlauch. Am Ende des Schlauchs ist es dagegen von Vorteil, einen Schnellverbinder mit Stopp Funktion zu installieren. Dies ist ein Schnellverbindungsstück mit einer speziellen Verriegelungsvorrichtung, die den Wasserfluss automatisch stoppt, wenn das Bewässerungszubehör vom Schlauch abgetrennt wird. Durch das Anschließen eines Regners oder eines zweiten Schlauchs wird der Wasserdurchfluss wieder aktiviert. Dies ist eine sehr bequeme Lösung, um zu vermeiden, dass der Hahn jedes Mal zugedreht wird, wenn Sie Bewässerungszubehör austauschen möchten. Ein hochwertiges Schnellverbindungsstück mit Stopp-Funktion verfügt über einen Klemmmechanismus aus Edelstahl. Die Qualität der Ausführung ist in diesem Fall ungemein wichtig, in Hinblick auf den kontinuierlichen Kontakt der Verbindungsstücke mit Wasser. Es ist gut, wenn Sie mit dem SafeTouch-System ausgestattet sind, das einen sicheren Griff und Komfort bietet und die Teile vor versehentlichen Beschädigungen schützt. Wenn unsere Schläuche mit Schnellverbindungsstücken ausgestattet sind, können wir sie mit einer Schlauchkupplung oder mit einem Dreistückverbinder miteinander verbinden. Doppel- und Dreifachkupplungen passen in 0,5 Zoll und 3 Viertel Zoll Schnellverbindungsstücke, sodass sowohl schnelles Anschließen als auch schnelles Abtrennen möglich ist. Für eine permanente Verbindung von Schläuchen können wir Reparaturstücke verwenden. Je nach Durchmesser können wir zwischen 3 Viertel Zoll und Mehrzweck 0,5 Zoll und 5 Achtel Zoll Reparaturstücken unterscheiden. Zur Verfügung haben wir auch Reparaturstücke, die einen 0,5 oder 5 Achtel Zoll Gartenschlauch mit 3 Viertel Zoll Schlauch verbinden. Ihr verlängerte Klemmmechanismus ermöglicht eine präzise Verbindung der Schläuche. Ein gutes Reparaturstück ist aus robustem PC-ABS-Kunststoff gefertigt und hat eine ergonomische Form für sicheren Halt und Komfort. In der Regel werden Sie zur Reparatur eingesetzt, wenn die Schlauchschicht beschädigt ist oder wenn Sie zwei Schlauchabschnitte dauerhaft miteinander verbinden möchten. Beim Kompletieren von Bewässerungssets denken Sie daran, sich für Accessoires der entsprechenden Größe für Ihren Schlauch zu entscheiden. Achten Sie daher auf die Angaben auf den Verpackungen.